Hallo! Ähm, oh scheiße, die Pizza hängt hier. Oh Gott. Hallo und herzlich willkommen zu The Hunter. Ah ja, The Hunter, Call of the Wild. Geil, wir haben jetzt gerade einen Elch, der hat einen Warnruf abgegeben. Ja. Der behindert sich... Der behindert sich gegenseitig, der Elch? Der behindert sich hinterm Busch. Der versteckt sich hinterm Busch. Aber eins ist auch klar, was Püppi kann, kann ich auch. Essen. Ja, wir essen, wie immer. Hat man nicht früher als Kind... Ah, da ist er, da siehst du, siehst du, siehst du. Da, ich hab ihn markiert, siehst du. Nein. Oh, ich bin schon, Alter. Na, ich sehe ihn nicht. Komm her. Ich markiere ihn doch die ganze Zeit. Hier. Siehst du ihn jetzt nicht? Der ist auf dem Weg. Die Hirschkuh. Ja. Da. Nein, ich seh dich nicht. Warum nicht? Ach, da unten. Ja. Soll ich dir mal versuchen, eins zu verpassen? Nee, nicht von hier oben. Nee, treff ich. Ja, aber... Das Problem ist, wir müssen der hinterher rennen. Ja, pass auf. Du, äh, du zielst da rum und ich, äh... Okay. Und ich geh runter, okay? Ich lauf dir dann hinterher. Und sie ist dir wieder im Gebüsch gegangen? Ja, 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 ich geh. Ey, die kommt wieder raus. Ja, okay. Jetzt hat sie dich gehört. Jetzt ist sie abgehauen. Echt? Ja, ja. Die läuft da oben in... Die ist da oben rauf gelaufen. Boah, lot's mich mal. Ja, lauf mal weiter, den Berg. Ja. Lauf weiter geradeaus, geradeaus. Ja. Geradeaus laufen, geradeaus laufen, geradeaus laufen. Noch? Weiter, weiter, geradeaus. Oh, da ist eine Blutspur, oder? Nee. Ja, das ist er. Das ist Kacka. Das ist eklig. Lauf mal weiter. Und jetzt rechts hoch. Ah, ja, ich seh das. Ja, dann komm mal. Ja. Ja, ich komm runter. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich den getroffen habe. Nee, hast du auch nicht. Aus der Entfernung... Ist dramatisch. Weil das glaube ich auch unmöglich. Ist ja egal, wir können ja erstmal zum Haus. Ja. Na? Dann können wir uns ein, ein, ein... Aber Leute, guckt euch mal die Aussicht an. Auto kaufen? Das ist mega geil. Mhm. Wir sind, ähm... Achso, wir haben, ähm, uns sämtliche DLCs dazu geholt. Oh ja. Das heißt also, wir haben ja alles. Und wir sind grad hier in dieser... Wo sind wir gerade? Wie heißt das? Zizni Zubra. Genau. Nee, dazu heißt das nicht. Ach, keine Ahnung. Wir sind irgendwo in Olgas Heimat. Das ist... Olga. Olga hat mir gesagt, ähm... Genau, wir sind irgendwo in Olgas Heimat. Ähm... Wir haben... Was haben die da vorhin gesagt? Warte mal. Ich weiß nicht, keine Ahnung. So, in der Richtung, ich bin auch keine Russe, ich kann es einfach nur. Das klingt ein bisschen arschig und ein bisschen eingebildet. Tut mir leid, aber so ist es einfach. Lass mal gehen. Mach mal. Guck mal. Mach mal ein schönes Screenshot. Ein, zwei, drei. Jo, hab ich gemacht. Jawoll. Okay, weiter geht's. Mhm. Mhm. Also getroffen habe ich den doofen Elch nicht. Mhm. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Warte mal. Warte mal. 700 Meter. Mhm. Warte mal. Oh, das andere ist ja noch weiter weg. Scheiße, leck mich doch. Ja, lass uns doch hier in die Richtung gehen. 700 Meter. Mhm. 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 Man kann die Kisur von alleine laufen lassen mit der Taste G. Mhm. Das ist super. Kannst nebenbei essen, hast immer eine Hand frei. Genau. Habt nur ein bisschen Angst vor den Grizzlies. Ach. Halt so schlimm. Ich meine, es sind ja keine Kuschelbären, ne? Ja. Die ist ja gerade ums Plan zu überleben. Ja. Erdbeeren genannt. Erdbeeren. Nein, aber... Naja, was wolltest du da machen? Ne, ist schon mega. Also, ähm... Ich muss ganz ehrlich sagen, also... Äh... Jetzt ist das natürlich nicht so ein Action-geladenes Spiel. Ja. Wo du alle Nase lang irgendwie... einen wegballern musst oder sonst irgendwas. Sondern es ist einfach so, wie das bei der Jagd halt ist. Dass man auch mal Geduld aufbindet. Ja? Da vorne. Zum Elche. Echt? Ja, zwei Stück. Warte. Ja, ich seh'se. Habe sie nicht getroffen. Habe sie nicht getroffen? Habe sie nicht getroffen? Hinterher, hinterher. Ja, ja. Jetzt glaub ich nicht, dass ich sie getroffen habe. Ach, scheiße. Das war so gut. Da hätt's mal ein bisschen gewartet, hätte ich mitschießen können. Ja, entschuldige, ich hab jetzt nicht dran gedacht. Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht so tragisch. Das war gar keine Absicht. Habe sie getroffen? Ich hoffe... Doch, ich glaub, da ist der Blutsprung, glaub ich. Oder? Jawoll, eine Fleischwunde. Du hast die auf jeden Fall... Moment, das ist kacke. Nein, ich hab nur Fleischwunde. Ey? Ja, lass uns weiter. Ja, hier. Lass uns weiter reden. Nein, komm, lass uns weiter reden. So sind die weg. Ja, warte mal, ich muss gucken, in welche Richtung. Ich bin egal! Die sind irgendwo hingelaufen. Und? Weiß ich nicht, ich kann's nicht sehen. Na super. Ist auf jeden Fall hier lang gelaufen. Wo? Weiß ich nicht wo. Na komm, einfach weiter, komm! Wir laufen jetzt einfach mal hier lang. Ne, da nicht. Weil ich weiß, dass die hier lang gelaufen sind. Da auch nicht. Hier lang. Moment, ist das Kacke hier? Oder ist das Blut? Ne, das ist Kacke. Die sind hier lang gelaufen. Ich hab hier noch frische Spuren. Irgendwo, irgendwo ist die hier lang gelaufen, ja. Hier sind alles noch frische Spuren. Naja. Nur die Frage, wo die Madame hingelaufen ist, die ich getroffen hab. Naja, auf jeden Fall ist hier kein Blut. Ah, hier, 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 hier. Ja, warte, ich komm zu dir. Ja, ich komm zu dir. Garantiert liegt die irgendwo. Wo? Ja, die sind in die Richtung. Ja, ja, ich weiß, aber ich such die Fleischwunde. Was ist das denn hier? Weiß du, wo ist die Fleischwunde jetzt? Egal, lass uns das mal in die Richtung laufen. Ne, ich muss doch gucken, wo die Fleischwunde ist dann. Kannst du auch machen. Ich verfolge die Spur hier. Ich lauf mal weiter in die Richtung. Und dann schauen wir mal. Hier ist Blut. Okay, also hier weiter. Die sind noch am Traben, die Kollegen. Also, ich hab hier ne Blutspur. Ja? Ja, ja. Sehr gering. Ja, warte. Sehr gering. Ja. Aber egal. Der Wurst. Ist der Wurst. Ich hab eine Fleischwunde gehabt. Egal. Ich folge der Spur, du folgst mal der Spur. Und garantiert haben wir die auch gleich. Mhm. Weil hier ist noch ne Kotspur wieder. Eine... Ja, die Packung beim Traben. Okay. Irgendwo werden so sein. So, was ist hier für ne Spur? Das ist auch ne Blutspur. Das ist auch ne Blutspur. Da riechen Richtung. Der zeigt mir hier in die andere Richtung hin. Nein. Also, ich geh... Dann hast du die falsche Spur erwischt. Ist egal. Ich lauf einfach bei ihr lang. Hier ist die nächste Blutspur. Ja. Mann, ist halt spannend. Schau. Hier ist die nächste. Ne, hier ist ne... Die nächste. Die haben sich ja... Die haben sich ja geteilt. Ne. Ja, ja. Hier ist die nächste. Ne. Das ist kacke. Warum kacken die denn so viel? Tja. Jetzt zeigt er wieder in die andere Richtung. Hä? Ne. Jetzt zeigt er wieder in die Richtung. Warum? Hm. Ich lauf mal zu Püppi. Schau mal, ob das irgendwie... Ich komm mal in deine Richtung. Mhm. Weil... Unser nächster Punkt, da wo wir hinwollen, ist auch nicht mehr so weit davon entfernt. Mhm. Und äh... Oh Mann. Schwer, ne? Aber die kacken ganz schön, ne? Ja, ja. Ja, die kacken echt extrem. Und ja voll die Scheißer. Die Heimscheißer sind das. Ja, ist ein Heimscheißer. Tja. Sollen wir dann lieber zu... Ab die Blutspur verloren. Scheiße. Komm, dann lass uns zu dem Wegpunkt gehen. Zu dem Haus. Ja, aber ich will ja wissen, wo das Ding ist. Oder Vieh ist. Naja. Leider ist das hier nicht zu sehen. Mhm. Spur untersuchen. Und der zeigt mir in die Richtung. Gehend. Ist ja auch alles weiß, ne? Naja. Also gehend zeigt er mir an. Deswegen ist das alles ein bisschen schwierig. Mhm. Mhm. Die haben sich irgendwo hier geteilt. Mhm. Da kannst du mir sagen, wo du willst. Ja, ist auch so. Irgendwo ist einer. Lauf jetzt der Spur hier hinterher. Ja, ich komm dir hinterher. Gut. Der muss ja irgendwo sein. Einfach durchs Dicke ich das mit Wurst. Ja, ja. Der kann ja nicht weg sein. Nein, der kann auch nicht weg sein. Köttels? Köttels. Ja, das sind Köttels. Kacke. Aber der ist immer noch trabend. Also sind die doch... Ah, sind wir schon wieder da, wo wir waren. Echt? Eiße, ja. Ja, pass auf, dann lass uns doch die zwei ein. Egal, wir lassen einfach. Genau. Wir gehen jetzt einfach. Wir gehen jetzt einfach zu dem Dingschen, zu dem Punkt hin. Und äh, dann machen wir ein Volkenpäuschen. Ja, 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 ja. Wir rüsten uns da aus oder so, wenn halt da die Möglichkeit ist, oder kaufen uns da ein Fahrzeug oder was auch immer. Ja. Wenn wir da überhaupt noch was kaufen können, heißt das. Ja, ja. Und ähm... Warte mal, ich will mal kurz hier gucken. Ah, da ist meine Blutspur! Echt? Ja! In welche Richtung? Warte... Warte... Warte. Hier ist meine Blutspur! Genau hier. Hier, die Richtung. und dann wieder zurück irgendwie scheint ja total verwirrt gewesen zu sein da läuft der an mir vorbei komm lass uns zum haus gehen oh mann ja okay wir werden die chance noch mal eine rutschspur ja ist mir jetzt egal oh ok na gut wir werden das weil das war glaube ich zu weit weg wir laufen jetzt zum häuschen und machen dann folgendes einmal durchs dick ist ja wohl das häuschen müssen wir haben da können wir dann in ruhe und dann laufen nicht so schnell ich komme ganz hinterher ich habe das gefühl die frau ist langsamer als der kerl so dann lass uns mal und ist doch auch auf das e drücken mach mal hab ich doch mal so haben wir mhm cool ja geil so dann muss ich eben kurz hier die den wegpunkt entfernen boah es hat ein riesiges gebiet ey ja ne meine Güte so dann schauen wir mal hier kannst du Munition kaufen ne ja siehst du jetzt auf der karte wenn du mal rauszoomst ja dann siehst du auf der karte dass ein teil lila ist richtig ähm im moment sehe ich gar nicht ne ne da wo der aussichtsturm ist links unten müsste was lila sein ach so ja ja das sehe ich genau und da sind jetzt keine rehe mehr weil da habe ich ein reh angeschossen und deshalb haben die sich das gemerkt ah ok mhm alles klar so ich mach mal eben kurz den kasten hier offen jo gewehre ähm du musst natürlich ein paar sachen kaufen ne das seht ihr ja jetzt ich hab mal das äh links offen gemacht wir haben die ranger 243 ja was ist das muss hier irgendwo sein die haben wir im besitz ich geh mal kurz zurück mach du mal ich will dir das blöde tier suchen ey und hier ähm können wir munition kaufen genau das heißt ähm wir haben jetzt ich weiß nicht wie viele schüsse wir haben naja bis jetzt steht da noch 28 bei mir also bei mir stehen ich weiß es gar nicht ich geh nochmal raus ich habe 18 hm also müsste ich noch was kaufen ne musst du gar nicht aber mit 18 schuss komme ich eigentlich gar nicht weit ja dann da ist ne sniper ist ja also ich würde jetzt nicht so viel kaufen weil wir müssen uns auch noch außenplätze und sowas kaufen ja klar so und hier ist äh da habt ihr die möglichkeit in dem haus da habt ihr die möglichkeit ähm die doofen renn natürlich dran vorbei war auch klar hier stehen noch so einige sachen aber auf russisch ich kann kein russisch deswegen ja ich auch nicht nur die olga kann das die olga kann das und die ist leider nicht da die olga ist ja ein armer ja so und wenn wir hier reingehen interagieren und zack geht die hütte auf und wir gehen in die hütte rein und hier können wir dann pennen ja ähm wenn ich schlafen könnte heißt das ähm warum geht das denn ich muss die tür wieder zumachen jo ich muss die tür erst wieder zumachen ja und dann ist man hier sicher muss ich mich jetzt da warum kann ich denn hier nicht schlafen püppi weil du gesund bist ah jetzt verstehe ich ok also gehe ich einfach mal davon aus ok dann komme ich mal wieder raus aus der hütte ja wahrscheinlich bin ich noch nicht lange genug wach oder so ja weiß ich nicht das kann schon sein so das ist auf jeden fall hier die hütte das heißt also hier ist hier wird die flagge von uns ähm der platz bleibt gespeichert das heißt also wenn wir da unterwegs sind genau können wir immer wieder dahin so jetzt mach ich hier von dem aufenthaltsding noch ein äh ein Selfie alles klar ey genau ein Selfie genau ich mach jetzt von der ganzen geschichte hier noch ein Foto wäre schön wenn die püppi hier wäre dann kann die sich da an der hütte stellen dann kann ich noch ein Selfie machen mein was rede ich da ein screenshot meine ich aber püppi ist nicht da deswegen mach ich jetzt so ein Foto zack da ist ne Kuh so ich komm mal zu dir und dann mach mal ein Folgenpäuschen ja hab eins erwischt echt ja ich weiß aber nicht wie ob die jetzt direkt tot ist oder nicht ne da läuft sie schreien der jetzt hinterher die olle warte ich komm dir hinterher ja mach das aber ich lauf gleich der Püppi hinterher denn wir machen Folgenpäuschen wir sehen uns beim nächsten Mal Leute macht gut ciao 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 x